Willkommen zurück zu The Last of Us. Beim letzten Mal mussten wir mit Ellie die Leute auf der falsche Fährte lotsen und wurden dann vom David gefangen genommen. Und jetzt ist Joel endlich wieder aufgewacht, nachdem er so schwer verletzt war. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir Ellie wiederfinden, weil die ist ja einfach weg gewesen. Ja, der wäre gut, die wissen ja gerade eh, wo ich bin, von daher ist es egal, womit ich schieße. Wo sind sie denn jetzt alle? Die schnapp ich mir mal. Und jetzt die Flasche, akkurat mal. Dann packe ich das Ding da hin. So. Jetzt habe ich noch einen mehr umgemästelt als eben. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Gut. Wir haben mal voll das Bein weggesemmelt mit der Bombe. Ja, ich hoffe mal, das wäre jetzt besser durchkommen als eben. So. Wo wir echt ja so haben wir eigentlich. Jetzt haben wir das Jagdgewehr. Okay. Keine Muni. Hier steht diesmal auch kein Typ auf dem Dach rum. Äh, so. So, gucken wir mal. Ob hier wer auftaucht. Okay. Die haben auch immer Schiss. Ich weiß nicht, was die für einen Schiss haben. Oh, das ist eine Axt. Wir haben schon eine Axt. Ah, rein und Sachen holen können wir auch nicht. Hier ist auch so ein ungenutztes Haus. Wenn wir was nicht rein können, ist eher schlecht. Ich denke, ja, ständig hier müsste noch irgendwo jemand sein, aber... Offensichtlich ist das hier gerade nicht der Fall. Hätte auch kein Zeug mehr. Ach, bitte sag mir, dass es für... Medikit reicht. Ach. Na, Gott sei Dank. So. Einmal aufloaden. Können wir die Mullbühne da auch mitnehmen. Hätten natürlich jetzt auch vorher erstmal da fressen können, aber... Irgendwie nö. Hm. Sicher erscheint mir anders. Aber na gut. Jo. Super Plan hier. Unterschreibe ich sofort. Hab dich, Arschloch. Nein, mach ihn nicht kalt. Mach ihn nicht kalt. Scheiße. Ähm. Was fühlst du denn jetzt? Was willst du von mir? Was soll ich? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Ah. Fuck. Jetzt zieh mich an. Sie her. Ich hole dir die verdammt Kniescheibe raus. Das Mädchen. Ah. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Ja. Oh. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frakel doch. Na los. Ich lege dich. Ich lege dich. Wilder. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein. Mach schon auf. Na los, komm. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Alter. Jetzt müssen wir ja nochmal... Oh Gott. Das hätten die vielleicht vorher merkt. So, jetzt hoffentlich finden wir jetzt Joel wieder. Mann. Was ist denn bloß los mit denen? Ich brauch ne Waffe. Okay. Ich schaff das. Hey, mein Medikit. Wo ist das denn? Wo looks in Waffe her? Ist nichts... Dahinter vielleicht... Ich zieh mal ein Stück. Das reicht aber auch schon. Ja, ist gut, lass so stehen. Wer hat es gesorgt? Oh, verdammt. Das werde ich dir gerade sagen. Beim Schnee haben wir auf jeden Fall eine bessere Deckung, würde ich sagen. Toll. Das bringt ja gar nichts. Eins, zwei. Aua! Nein, komm. Nein, 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 nein. So, nach der Folge muss ich dann wahrscheinlich gleich jetzt mal meinen Controller laden, das ist ja top. Ewig nicht, aber lang genug. Wo muss ich denn hin? Ich habe es schon verstanden, irgendwie muss ich raus. Okay. Wo lang, wo lang? Na komm. Sie sind überall. Was war das? Wo? Ja, Alexander, dafür wirst du bezahlen! Nein! Oh, nicht schon wieder! Ach, Mann! Das ist anstrengender, als es aussieht. Keine Muni. Es wird gerade schweinekalt, das heißt, ich muss mich immer irgendwo an den Tonnen wärmen. Ich lasche die nicht mit. Äh... Oh, wo lang, wo lang! Oh, wo lang, wo lang! Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Und da rein. Da war er eben schon drin. Ach so. Hat aber auch nichts nützliches mit. Hat aber auch nichts nützliches mit. So. Jetzt beeilen wir uns ein bisschen. Woh, wo lang, wo lang! Woh, wo lang! Was? Oh, da ist jetzt ein Typ. Oh, sie sind überall. Und er geht wieder zurück. Jetzt sind wir uns nicht mehr. Jetzt kommen wir in der Dolchen. Jetzt sage ich dir nicht. Ich gehe hier lang. Schau da drüben. So. Ich kriege auch einfach nichts mit. Wo sind denn die alle? Jetzt kann ich hier wo? Bin ich wieder hier. Toll. Ich werde mich ein bisschen aufwärmen. Aber eine Idee wo ich jetzt lang kann, habe ich nicht. Ist auch nichts. Gewimsel kann ich auch nicht auswählen. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich denn jetzt bitte rausfinden, wo ich lang muss? So. Jetzt bin ich hier. Die kann ich ja nicht durch. Hochklettern kann ich auch nicht. Auf jeden Fall ist da schon mal ein Gebäude. Und das könnte ich vielleicht rein. Hier rüber. Hier kann ich lang. Da weg. Aua. Nein. Aus. Aus. Böse. Aua. Scheint ruhig zu sein. Nicht hier irgendwo rein. Nee. Ach. Ach. Sparsam mit der Munition umgehen. Hier haben wir noch zwei Kugeln. Aber das waren auch nur zwei. Deswegen. Gut. Äh. Sortiert. Haben wir sonst noch irgendwie Zeugs oder so weiter. Was haben wir hier. Eine Flasche. Toll. Eine blöde Flasche. Nee. Auch nix. Ein Teddy haben wir. Hilft uns aber nicht. Okay. Theoretisch kann man sich auch immer um alles rumschleichen. Aber. Ist nicht mein Stil. Wo soll ich hin? Ja. Da fragst du was. Wo sind sie? Wo ist die kleine Verdammung? Ich seh sie. Das wird nix. Das wird nix. Doof. Was ist jetzt los? Wo bin ich denn jetzt genau? Ich bin grad rausgekommen. Ich glaube, das kann zu einem echten Problem werden. Nicht. Gänster. Na komm. Weiß zu. So, drei Kugeln. Ja, unser Mädchen hat man nicht mehr. Ach, na toll. Ach, na super. Ich hab die krank. Soll ich den da machen? Alter. Nee, gut, dann. Speicher hier gleich. Und das war's auch für diesen Part. Beim nächsten Mal geht's noch hoffentlich irgendwie besser weiter. Ich weiß auch nicht. Mal schauen. Aber ich muss ja erstmal mein Controller aufladen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.